hier kommt unser bärchen aus diesem grund nennen wir ihn Osito, Osito, das bärchen. Hallo, Osito. Er hat ein ganz süßes Gesicht. Er ist ein Riese, mit ein paar Kilos zu viel. Er mag das Fotoapparat nicht, ansonsten er ist total lieb, verschmust, super verträglich und benimmt sich prima mit den anderen Runden.